so sie haben mich noch nicht entdeckt dann ist ja gut wieder eine metallbumm und hier schon wieder immer noch diese scheiß fliege die mich nervt wahrscheinlich damit ich da hochkomme wenn ich jetzt einmal da zu dem lagerfeuer dann geht es hier hin und dann geht es dahin machen wir das so so lagerfeuer dann zum nächsten lagerfeuer so ein vorrat schadet nie das ist wieder eine siedlung da gibt es eine werkbank ein wenig einfach dem weg folgen flusslind hier kann ich durchatmen ja mein vorrat öffnet erst mal das ist das ist das ist das ist das ist das ist ein Aber wie nah man halt am Lagerfeuer sitzt, ne? Schon heftig. So, Werkbank benutzen. Dafür fehlt mir ein Langbeinflügelbrenner. Na, jetzt hab ich sie erwischt. Waffen-Upgrade. Hier kann ich immer mal Gräberklanghülser. Okay. Okay. Ach so, ich hab zwei verschiedene. Okay, das ist da Proto und das ist... Ah, okay. Ja, gut. Stolper dran ist mega. Ich will nie erfahren. Da brauche ich aber Kaninchenhaut und Nabelschweinknochen. Aber? So. Machen wir die Bomben mit. Betal-Ausrüstung kann ich nicht upgraden. Zwei Stück fehlen mir noch. Fehlen mir noch. Okay. Ja, einmal um die Metallblumen zu zerstören. Und was es sonst noch gibt, weiß ich nicht. Ein Gewebeplatz wurde von dahin in seiner Outflow-Frage schaltet. 19, 4, 22. 5, 5, 25. Ach so, na gut. Ich hab jetzt das hier abgegradet. Obwohl das deutlich schlechter ist, ne? So, ja. Äh, gut. Was haben wir hier? Ach so, das sind... Ja. Wie sind der jetzt erstmal? Spezialausrüstungen? Ich hab hier doch irgendwo... Werkzeuge... Werkzeuge... Ja, 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 ja. Nein, das meine ich nicht. Da, Grünglanz. Waffen oder Outfits verbessern. Seltene Spulen, Gewebe oder Maschinenteile von Händlern kaufen. Grünglanzplatte. Ein sehr, ein sehr großes Stück eines seltenen, extrem wertvollen grünen Kristalls. Ich hoffe, er ist schwer erreichbare Stellen in höheren Lagen gefunden. Okay. 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 Das ist ein Fuchs. 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 Du, du hast diesen Kampf für uns gewonnen. Auf ein Wort. Ja, darf ich erst loten, bitte? Ich will, dass alle den Pass verteidigen! Und deine Krieger sind... Frisch wie der Frühling? Sie lehrten mich, mit Metall zu arbeiten. Ich bin wohl der einzige Utaru, der das kann. Ich hätte nie gedacht, dass ich dieses Wissen mal gegen sie verwenden würde. Auf ein Wort, wo rennst du denn jetzt hin? Hier können wir frei reden. Hier können wir frei reden. Und? Wie ist der Plan? Der Plan ist, dass ich neue Waffen für meine Leute bauen sollte. Mein bester Kletterer, Vorz, sollte Material vom Trommelwurz holen. Dort oben sind Breitschlunde, die ihre Metallschoten säen. Aber seit der Störung sind sie so gefährlich wie die Kletterpartie da hoch. Vorz ist noch nicht zurück. Wir müssen uns verschanzen. Und uns läuft die Zeit davon. Wenn die Retterin von Meridian uns noch eine Weile helfen würde. Du könntest uns besorgen, was wir brauchen. Du weißt, wer ich bin. Rotes Haar, Bogen, kämpft besser als zehn Krieger zusammen. Man kennt dich. Dann geht doch einfach. Die sind eindeutig mehr und besser bewaffnet. Kennst du diese Blumen, die so klein und weiß sind? Wenn sie fallen, sehen sie aus wie Schnee im Frühling. Meine Tochter nannte sie Winterlied. Sie trug ihre Samen bis zum Tag ihres letzten Atemzugs. Jetzt wachsen sie im Wäldchen, im Herzen von Flusslid. Ich habe sie selbst gepflanzt. Ebenso die Samen der Brüder und Schwestern, die in den roten Raubzügen gefallen sind. Wir. Ich. Lasse sie nicht zurück. Mein Beileid zu deiner Tochter. Raubzüge nahmen sie. Ich fand Frieden mit jedem Kaja, der vor meinem Speer fiel. Alles, was ich jetzt noch von ihr habe, wächst hier im Wäldchen. Mich vertreibt. Keinte nackt. Tragen alle Otaru Samen bei sich? Wir bekommen sie kurz nach unserer Geburt. Nach unserem Tod werden sie begraben. Denn unser Tod bringt neues Leben hervor. So bleiben wir in Einklang mit dem Rhythmus der Welt. Warum ist der Pfad hoch zum Trommelwurz so gefährlich? Diese Höhle versunkener Gänge und Abgründe können nur die Besten durchqueren. Er dient meinem Volk als sichere Zuflucht. Aber seit der Störung streifen Maschinen in den tiefsten Gängen umher. Aber dennoch leben Flusslid und der Hain von seinem Wasser. Wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den Samen, die hinter dir wachsen. Okay. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Q. Ich bin der Metallweber von Flusslid. Aber du musst eigentlich nur wissen, dass ich mein Volk am Leben halten will. Dank dir könnten wir eine Chance haben. Erzähl mir mehr von den Metallschoten. Sie sind schwer einzusammeln. Die Breitschlunde sehen sie. Man muss schnell sein und sie sammeln, bevor Erde und Wasser sie aufnehmen. Aber ihr Metall gehört zu den robustesten überhaupt. Ohne die Schoten ist unsere Chance zu überleben sehr gering. Wenn ihr partout nicht weg wollt von hier, dann werden wir wohl Waffen bauen. Ich danke dir. Dann mal ran ans Werk. Folge mir. Hier lang. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Mit diesen Schoten und viel Glück könnten wir am Ende vielleicht überleben. Hoffen wir, dass diese Sprosse es mit einem Maschinentrupp aufnehmen können. Ich kann nicht überall sein und meine Gelenke sind auch nicht mehr die Jüngsten. Sie haben sich wohl genau wie du entschieden, hier zu bleiben. Das wird auf jeden Fall der Kampf ihres Lebens. Fast geschafft. So können wir diejenigen verstecken, die nicht kämpfen können. Wenn wir fallen, werden die Tenakt sie früher oder später finden. Wir sind da. Wer ist das? Hast du vielleicht noch Wagen? Äh, nö. Ich bin bereit. Fehlglück. Komm zur Schmiede, wenn du fertig bist. Lass dich nicht unterfragen. Ich sollte mir dann mal meinen Weg nach oben suchen. Oh, ich hätte auch einfach so geradeaus weiter hochbekommen. Okay. 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 Da muss er irgendwie da hoch. Ein... Zwei da unten. Das ist dann wohl Vaos. Diese Wunden stammen von Maschinen. Ich sollte die Samentasche zu Kyu bringen. Die bedeutete Notaro wohl hier. Spuren gegen eine Weile Decke, wenn ich da drauf schieße. Das ist das Beste der Weile. Und das wurde der Schmutz-Runde noch nicht killig. Spuren gegen die Worte. Das ist das Beste, der wir auf dem Wurz. Das ist der Schmutz-Runde. Das ist das Beste. Das geht nicht um Wurzeln. Eher geht es um Zauber zu sein. Das wäreoro Möden. Das ist der Schmutz-Runde. Das ist der Schmutz-Runde. So viel dazu. Oh, das war knapp. Was ist das bitte für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Wie kommen die denn da entlang? Oder hoch? Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Was ist das für ein Weg? Aber... Was ist das für ein Weg? 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 Das war's für heute. Was ist das? 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 Was ist das?